Sie sind nicht zurückgebracht. Sie sind nicht zurückgebracht. Sie sind herrlich. Du bist besoffen. Sie sind sicher nicht besoffen. Nein, überhaupt nicht. Heute Abend wird Alex jemanden töten. Nicht absichtlich, aber genau dort liegt das Problem. Hätte Alex doch nur vor dem Apero entschieden, wer fährt. Maria hat den Schlüssel. Was macht der? Achtung! Nein, Maria! Nein! Scheiße, Alex! Scheiße! Wenn Alex vor dem Apero entschieden hätte, wer fährt, wäre Maria vielleicht noch am Leben. Das ist tragisch, denn es war nur ein Apero. Wer trinkt, fährt nicht. 25 Euro ist verdol rate. Ah عن die Waffe! Das war noch mehr. Mas, es ist sicher Santos. Ich war auf deutscher fulfill Gitarre. sind die тitelcor des Wirkエ对 really es wollen. wenn man ihn immer nachございます.